ach das war dieses level du kannst ja auch gerne umdrehen danke nehm halt auf oh man nimm halt auf aber halt auch irgendwie nicht da kommt oh gott habe ich schon tot gesehen bräuchte ich jetzt ja auch nicht wenn da so hoch oder auch nicht oh mein gott weil sie wieder von der wand abfall zwei meter wieder zurück das sollte reichen oder ja du stirbst du stirbst habe ich gesagt das ist alles grausam nehmen doch die scheiß bombe da oh mein gott ja wahrscheinlich ist es immer noch nicht hochgegangen ah einfach nichts cool oh ich dachte es trifft mich auch nicht mehr umzugeben keine ahnung ich habe mir alle bekommen obwohl die gerade alle lang geflogen sind ok nein nein oh mein gott ja es war so klar ich sterbe auch wieder am ende von dem fucking level immer wieder dasselbe ach ja man kann es in der luft einfach nicht aufnehmen wahrscheinlich kann man nicht wahrscheinlich kann man nicht fangen ja 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 Normalerweise schafft man ja diesen Sprung, ja man schafft es auch, außer man sitzt jetzt verarscht und 2 m davon weg. Ich habe sie erst geworfen und dann weggedreht, aber ist in Ordnung. Ah, guck, jetzt gleich noch rum. Krieg ich sowieso nichts, kann überhaupt gleich weitergehen. Das O ist, äh, das O, ja. Wahrscheinlich das O, ne? Das G ist doch kacke. Wobei, so war das ganz einfach, hm? Pissig. Ah ja, das wollte ich machen. Mann, was soll denn das? Wahrscheinlich. Ach, ich könnte so kotzen, ey. Ich könnte sich das nicht vorstellen. Dann. Okay. Ja, wahrscheinlich, oder? Hallo, was war denn da schon wieder, Mann? Ah, ja. Ach, Mann, wie du schon wieder die Scheißbombe wirfst. Ey, guckt euch diesen... Ich rasse hier gleich aus, ne? Echt, wenn das so weitergeht. Du bist doch! Ach, ja. Natürlich. Ja. Was soll ich tun? Das ist so die Verarschung, Alter. Bloß weg hier, Mann. Okay, Coraligalli noch. Ich hab dir auch keinen Bock drauf, aber... Aber jetzt ist es so... ... verlifft, versuch. Töne immer, was soll ich an das Buch? Das war's. Die Verarschung und die Verarschung muht und die Verarschung. Ja. Ja mal gucken, wie ich das jetzt hinkriege hier. Cool, cool. So, also der geht wohl nach unten, auf ganz gemeine Sache. Ey komm, bitte nicht. Ja, wo soll ich hin? Ja, Helden. Tja, lächerlich, oder? Ja. Ja, wo soll ich hin? 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 Ja, weil ich Opa, Alter. So ein Penner, Mann. Das kostet alles Zeit. Und Nerven. Okay, okay, okay. Ich bin ja schon bis hierhin gekommen. Wie sie abprallt, ist der letzte Krampf, Alter. Könnte ich mich jedes Mal so aufregen, wenn das passiert, ne? Ist so unglaublich. Ja, mach halt irgendwas. Hallo. Das war so klar, ne? Ja, prall halt noch mehr ab. Ich weiß, dass es hier nicht ist. Irgendwo nicht mehr. Irgendwo musste man stehen bleiben und den durchlassen und irgendwo auch nicht. Und dann wieder ja und dann wieder nein. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich hab keinen Bock mehr auf diese scheiß Wasserwelt. Ich hab keinen Bock mehr auf diese scheiß reliability. Ich hab keinen Bock mehr über die Scheiß-Ring. Oh mein Gott, da ist das K. Das habe ich sowieso nicht mitgenommen eben, oder? Ist mir gar nicht aufgefallen, ja moin. Oder? Ne, das habe ich nicht. Das habe ich nicht gehabt. Oh mein Gott, da ist das K. Das habe ich nicht gehabt. Nein. Hallo? Okay. und hier muss ich ja nicht schneller sein oh shit wird sagen hier muss ich ja schneller sein habe ich alles nein ich hab das oh nicht wo ist das fucking oh denn jetzt ja marsch so nah ich habe zwar den hartmut stempel da aber ich habe ja nicht das blaue es ist zum heulen das level normal spiel wo war denn das o hiermit bedanke ich mich fürs schauen des donkey kong country tropical freeze parts ich hoffe er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dann und ciao